Ich an mich selber würde eher Fragen statt Ratschläge nehmen. Das heißt, weil Fragen sind für mich im Innerlichen her, kann ich sie für mich selber beantworten, weil jeder denkt halt anders. Sondern die drei Fragen, die ich eher an mich stellen würde, in welchen Bereich möchte ich gehen? Gehe ich in den technischen Bereich oder in Richtung Bürobereich? Das wäre so eine Frage an mich. Dann würde ich sagen, wann beginnt mein Arbeitstag oder wie möchte ich in den Tag starten? Halt mit verschiedenen Uhrzeiten oder mit verschiedenen Anfangszeiten. Und dann würde ich als drittes noch fragen, wie handwerklich bin ich selber begabt? Jetzt an mich selber. Oder bin ich eher der, der ins Büro geht, lieber am PC sitzt zum Beispiel, oder der, der lieber ein bisschen auf freiem Fuß unterwegs ist, zum Beispiel jetzt wie bei mir in den Hallen. Und dann ein bisschen handwerklich in die Richtung geht. Mein Name ist Tauscher Fazig. Ich arbeite als Prüffeld-Elektroniker beim Institut Fraunhofer-Iwis in Bremerhaven. Das coolste an meinem Job ist eigentlich, jetzt hier am Institut zum Beispiel, dass dieses Berufsfeld, was ich jetzt habe, mit dem Arbeitgeber zusammen sehr vielseitig ist. Das heißt, wir haben viele Aufgabenbereiche. Das heißt, ich mache jetzt nicht rein Messtechnik nur, sondern ich gucke auch mal in andere Bereiche. Das heißt zum Beispiel auch mal in die Pumpen- und Fördertechnik, haben wir jetzt zum Beispiel schon mal gemacht, in die Ölsensoren-Technik. Also im Endeffekt alles, was mit der Windkraftanlage im technischen Detail zu tun hat. Das ist so mein Aufgabenbereich. Die Einschränkungen sind jetzt in meinem Berufsfeld. Es gehört dazu, dass man sich ein bisschen ins Detail hineinarbeitet. Das heißt, die meisten Dinge sind nicht direkt einsichtig. Das heißt, man muss sich über verschiedene Wege heranarbeiten, zum Beispiel jetzt in der Messtechnik, dass man mit verschiedenen Komponenten zusammenarbeitet, dass man, was weiß ich, eine Messstrecke hat, wo vielleicht auch mal Fehler auftreten können, die man im ersten Moment nicht sieht, wo man sich dann tiefer mit beschäftigen muss. Also das Fraunhofer-Iwes-Institut hier in Bremerhaven forscht im Großen und Ganzen für die Windkraft. Also wir kriegen Aufträge aus der Wirtschaft von verschiedenen Anlagenherstellern zum Beispiel und wir testen in dem Fall Prototypen. Also Rotorblätter, die testen wir jetzt. Das ist jetzt mein Aufgabenbereich. Wir testen Rotorblätter auf ihre Belastbarkeit und auf ihre Zulassung in dem Fall. Das heißt, dass diese Rotorblätter an Anlagen eingesetzt werden dürfen. Das ist so auf der Aufgabenbereich. Und mein Aufgabenbereich ist da speziell die Messtechnik. Also alles, was mit Datenverarbeitung während dieses Tests zusammenhängt und den Messungen, die an dem Rotorblatt selber stattfinden. Das ist mein Aufgabenbereich. Diese Daten zu sammeln halt und sie dann weiter zu verwenden und dann halt für die Zulassung über den TÜV zum Beispiel, dass das dann zu einer Zulassung kommt. Mein Tag startet hier morgen meist gegen 8 Uhr. Dann mache ich mir erstmal einen Überblick über den Tag. Was liegt an? Was ist Priorität? Es gibt verschiedene Prioritäten, die wir setzen müssen den Tag über. Welcher Test hat jetzt Priorität zum Beispiel? Dann fangen wir halt an mit Reparaturen an den Blättern zum Beispiel. Das ist ein Aufgabenbereich. Oder auch, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Blatt in die Halle bekommen, bestücken wir dies mit Dähnungsmeschstreifen. Das heißt, dass es dann, wenn neue Blätter ankommen, ist der Tagesablauf recht strukturiert. Das heißt, wir fangen morgens um 8 Uhr an zu arbeiten, arbeiten den Tag über hinweg. Das heißt, wir kleben zum Beispiel Dähnungsmeschstreifen, verlegen dann die Leitung und dann endet der Tag meist so zwischen 16 und 17 Uhr am Abend. Ich bin 1994 in Nordenham geboren, habe dort meine schulische Laufbahn abgelegt mit einem Realschulabschluss. Während meiner schulischen Laufbahn und meinen Ferien habe ich ein paar Praktiker gemacht in verschiedenen Bereichen, in der Metallindustrie, in der Elektrotechnik, aber auch als Koch. Habe danach 2011 meine Ausbildung angefangen in der Stromerzeugung. Habe diese 2015 Anfang des Jahres abgeschlossen und bin dann im Jahr 2015 im August beim Institut Fraunhofer-Iwes angefangen. Was ist das für eine Ausbildung? Nein, man braucht eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik und für mein Berufsfeld bräuchte man jetzt handwerkliches Geschick, weil die Bauteile, die wir benutzen und verbauen, sehr klein sind. Veränderung im Bereich Elektrotechnik und für mein Berufsfeld